jo was geht ab leute und zwar komme ich mal zu einem kleinen informationsvideo wie man hier sehen kann ich habe ja wieder eine andere grafikkarte bekommen eine 2080 habe die andere 2070 wieder zurückgeschickt bin aktuell hier kräftig am benchen ja und da kommt dann auch wieder ein neues video dazu was für werte wir rauskitzeln können wie ich die grafikkarte jetzt übertaktet habe ob das gleiche ist wie bei der vorgehenden ja wenn ich gucke euch das video an war ein bisschen kurios dann hatten wir das problem noch an der grafikkarte damit der chipsatz keine paste mehr drauf hatte ja und dementsprechend jedes mal ins limit gelaufen ist von der wärme direkt auf 80 grad hoch und dementsprechend halt ziemlich wenig leistung hatte ja und jetzt bin ich gerade dabei jetzt läuft das ding wieder wärmeleitpaste ausgetauscht sich draufgemacht sauber gemacht und ja dann würde ich sagen ich trinke jetzt meinen kaffee fertig und wir sehen uns haut rein ciao